Hallo ihr Lieben, ich bin Kira und ich habe das riesen Privileg im November bei der Herbstkonferenz in Bern mit dabei zu sein. Und ich freue mich schon unglaublich auf das Thema bevollmächtigt und bevollmächtigt sein von Gott, weil da so viel Tiefe und so viel Wahrheit auch für das Leben von jedem Einzelnen von uns drin steckt. Bevollmächtigt sein können wir in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir können das in unseren kleinen Alltagssituationen, im Job, in der Familie, im Freundeskreis, in unserer Gemeinde. Wir können das sein in Talenten, in Begabungen, in Sehnsüchten, die Gott in uns reingelegt hat. Und ich wünsche mir von Herzen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von euch während dieser Konferenz ein Stück näher an die Bevollmächtigung kommt, wie Gott in dein Leben gesprochen hat, dass ihr Gemeinschaft erleben könnt, dass wir zusammen eine mega nice Zeit haben, um Gott neu entdecken. Ich werde euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, wie Gott mich bevollmächtigt und noch ganz, ganz viel mehr. Es wird super spannend und ich freue mich schon riesig auf euch. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.